So, es geht weiter mit unserer Geschichte. Wir sind hier bei Luxury Supercars Rental und wir versuchen jetzt einen G63 AMG für uns klar zu machen, damit wir mal einen Tag dieses Fahrzeug für euch hier in Dubai komplett abrocken können und euch mal von innen, außen Fahreigenschaften, egal was, einfach mal genießen, so ein Fahrzeug zu fahren und wie gesagt, ein G63, der kostet bei uns um, also ein richtiger G63 mit so richtig allen Hütten drum und dran ausgestattet, da ist man schon mit 250, 300.000 Euro dabei und wir checken das jetzt mal, der nette Herr hier im Hintergrund, der gerade mit den zwei Scheiß spricht, der wird uns einen klar machen. So sieht es hier aus, diese Fahrzeuge sind alle zum Ausleihen, hier haben wir sogar eine V-Klasse auf Maybach umgepimpt und der Boden hier, da kann man wirklich Schlittschuh drauf laufen, sensationell, schön, wie das hier alles vorbereitet ist, auch mit dem LED, echt cool und hier fahren die die Kisten wahrscheinlich rein und raus, ihr seht, Rent Me, aber da steht nichts mehr Besonderes, aber wirklich cool eingerichtet, auch eine gute Idee hier mit diesen schwarzen Podesten und ja, ganz liebe Leute überall. You have any good news for us? Sorry, I have a bad news, because G6 is here all the people who want it. And it will not be available until 2 of January. 2 of January, we are actually staying until the 4th of January, so the 3rd of January will work. Ok, let's have a look about things. Na, vielleicht haben wir Glück und werden einen bekommen. Also, die schlechten Nachrichten haben sich doch noch gedreht, wir haben ein Auto gefunden, we found a car on the 3rd of January und am 3. Januar um 3 Uhr nachmittags dürfen wir hier 1 G63 in white, correct? Kriegen wir einen AMG, also einen G63 AMG in weiß und werden den ganz exklusiv für euch, ja, wie soll ich sagen, fahren, filmen, hier in Dubai einen Haufen Quatsch machen. Und so lange müsst ihr euch gedulden, da müsst ihr euch den ganzen anderen Content anschauen, weil bis zum 3. ist es ja noch eine Weile und ihr müsst noch viele, viele Videos von uns anschauen. Von daher wichtig, Kanal abonnieren und am 3. ist es dann mit dem G63 AMG soweit. Bis dahin wird noch super, super anderer Content folgen. Somit melde ich mich hier mal ab, mal schauen, was heute noch kommt. oy rein Wie und gewann